Wir schauen uns hier mal den Geldcheat an. Der ist ja eigentlich immer berüchtigt bei den Leuten und sollte auch immer funktionieren. Sollte auch. So, wie funktioniert der? Man muss STRG, Alt und die Taste 9 drücken. Man sieht, STRG ist drucken, Alt ist egal und 9 ist eigentlich die Karte. So, wenn man jetzt alles 3 zugleich drückt, bekommt man Geld. Und zwar 100.000. Das kann man immer wieder drücken und man bekommt immer 100.000 Euro dazu. Leider geht die Karte auf, zu. Also eine andere Tastenbelegung wäre nicht schlecht, aber der Mod funktioniert. Dafür können wir dann mal einfach hier hingehen und gucken, einfach den mal kaufen, weil wir es können. Ja, möchten wir kaufen. Natürlich, wir haben ja das Geld jetzt. So, gucken wir mal, wo er ist. Da ist er. Also, es ist ganz einfach möglich und wenn man zu wenig Geld hat, kann man einfach nochmal mit STRG, Alt und 9. Kann man dann nochmal. Und wir haben schon eine Errungenschaft freigescheiden. Was mir persönlich ja nicht so gut gefällt, da es ja entschieden ist, aber das ist ja jeden seine Sache. Ja, mehr gibt es dazu, nicht zu sagen. Ja, funktioniert und das ist das Wichtigste. Also, viel Spaß damit. Besonders gut zum Mods testen. Bis dann. Tschüss.